Hi Leute, ähm, wartet, ein neues Video. Und das ist wieder, ähm, eben ein Schneckenvideo, wie ihr wahrscheinlich schon den Titel gelesen habt. Oder vielleicht habt ihr es noch nicht. Und, auf jeden Fall, ja, es ist ein Schneckenvideo. Okay, jetzt gehört man den Titel, den ich gelesen habe. Okay, jetzt gehört man den Titel, den Titel, den Titel, den Titel, den Titel, den Titel. Ich kann den Titel, den Titel, den Titel. Ähm, ja. Ich habe auch schon was vorbereitet, wo ich die alle reinsetzen werde. Und zwar werde ich da noch eine reinsetzen. Und zwar diese. Die. Warte kurz. Die. 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 Ein Wettrennchen schnippen. Battles. Ich rief nur kurz das Wettrennen. So. Und so. Damit... Wir brauchen... Hier sind die. Kannst du doch. Ich weiß nicht. Papa darf sie treten schmissen. Ja, ich passe ja auch. Die sind wirklich aus ihrer Schule? Ja. Nicht, dass die hier rumkriechen. Nein, das kann man ja so verschließen, so dass die da überhaupt nicht rauskommen. Ja. Sie kamt ja erstmal nur vier Stück. Ja. Das war übrigens gerade meine Mama. Und jetzt muss ich auch schon Tschüss sagen. Ja, also Tschüss. Und die sagen auch nochmal Tschüss. Sag mal Tschüss, Emily und Justin. Tschüss. Nee, Emily und Justin. Das war Emily und Justin. Das ist ein wenigstens Twitter-Fast. Jetzt abher, hier und hier ist meine Pippe da. Wow, nee. Tschüss.